heute für euch im test die kometenschauer raketen von funke enthalten sind sechs stück zweimal die draco zweimal die aquarius und zweimal die taurus rakete bin ich echt mal gespannt wie es die teile so drauf haben eine m beträgt 120 gramm das ist maximal so was erlobt ist 20 gramm pro rakete und da bin ich echt nur auf die zündung gespannt und das sehen uns gleich wieder ich warne vor allem anhaltenden kometenschauer ja ja aquarellus draco wieder ein sehr sehr krasses sortiment von funke die raketen von funke sind einfach immer wieder mega ich hoffe das video hat euch gefallen macht es gut bis zum nächsten mal tschüss